ja hey Leute heute zeige ich euch Wollherr erstmal hier runterladen das habe ich jetzt schon gemacht und links ja auf der Seite hier ein bisschen suchen äh wo hab ich den denn äh was sag ich muss ach ich weiß es auch nicht genau scheiß drauf ähm jedenfalls runtergeladen, entpacken, ich hab den jetzt hier schon entpackt unter Intel's Wallhack hier kopiert dir die Datei FR 131 Reads hier kopieren dann geht dann in Crossfire U Ordner Arbeitsplatz C es geht aktiv Crossfire U Rope geht in den Reads Ordner und fügt die da einfach ein so das war schon mehr nicht so und wenn ihr den Rollhack nicht mehr wollt einfach die Datei löschen mehr nicht machen so wir sehen uns dann gleich in game ne tschüss die die nicht w die das die Fire in the hole! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.